Filme aber jetzt nur so. Ja. Sollte ihr Geschwister, ja. Und sonst? Dahlia ist 17. Stellt mal Fragen an Dahlia. Die ist voll cool. Wollen wir das Filme auch tun? Basel? Ey, weißt du, was wir gerade gegessen haben? Was denn? Schwack, die. Oh mein Gott, ich will auch. Ja. Mit dem Brot und dann diesem komischen Krautsalat. Ich lach immer random. Mit diesem Brot und diesem komischen Krautsalat. Geil. Ich meine, Leute, wisst ihr, ob man Lieferando auch auf dem Laptop aufmachen kann, weil ich will was bestellen, aber ich bin jetzt live. Ich könnte auch den Livestream jetzt gerade beenden, aber ich rede da jetzt mit Dahlia. Boah, ich kann mich schon spät so ein bisschen ärger machen. So lange live machen. Touch-ID oder Passwort eingeben. Man kann ja ein Touch-ID machen. Zucker ist, du weißt, wo Säder sind. Der Schrank daneben in so einer Tasse. Ja, das wird falsch angegeben. Ja. Ich weiß es nicht. Im Tierheim? Willst du schon mal? Ja, eins. Komm mal. Ja, eins. Komm mal. Nein. Warte mal ganz kurz, ich komme sofort. Ja, ich komme sofort. Untertitelung des ZDF, 2020